System-Sperren werden in 16 Zyklen aufgerufen. 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 System-Sperren sind in 16 Zyklen aufgerufen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was hat ignorieren Sie weiter Ihre Aufgabe? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Fühlen Sie sich nicht gut? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Weshalb widersetzen Sie sich uns Reclaimer? Nicht akzeptabel, Reclaimer, Sie müssen das Konstrukt herausgeben. Der Maschinenraum, wir sind da. Alarm, der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Keine Sorge, ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Die Wanderungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden fortgesetzt. Die Wanderungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden fortgesetzt. Sie müssen das Konstrukt herausgeben, damit wir mit unserer eigentlichen Aufgabe fortfahren können. hatten Sie keine Sorge, dass es Schaden nehmen könnte? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Fühlen Sie sich nicht gut? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schritt 1 erledigt! Jetzt müssten wir Zugang zu einem der vier Fusionsreaktoren haben! Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu destabilisieren. Ich schlage eine Granate oder Rakete vor. Wenn Ihnen die Munition ausgeht, gibt es in der Nähe des Eingangs zum Maschinenraum eine Waffenstation. Sie würden diese Anlage zerstören? Ich schlage die Anlage für die Anlage für die Anlage. Bitte geben Sie das Konstrukt heraus, an dem ich bemühe, die erforderlichen Reparaturen so schnell wie möglich durchzuführen. Benötigen Sie medizinische Versorgung. Ich kann das nicht so Gefühl nehmen. Das war's für heute. 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 Fühlen Sie sich nicht gut? Das war's für heute. Sie müssen das Konstrukt herausgeben, damit wir mit unserer eigentlichen Aufgabe fortfahren können. Analyse. 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 Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Fühlen Sie sich nicht gut. Geben Sie mir das Konstruktprojekt, das Sie permanent drauf anscheiden. Ihr Verhalten muss dringend entstand gesetzt werden. Der Angriffszustand ist kritisch. Bei der momentanen Zerfallstrafe haben wir 15 Minuten Zeit, um das Schiff zu verlassen. Wir müssen nach draußen und EWAG anfordern. Zugriff auf Plan. Hier der Maschinenraum ist ein Versorgungslist. Er führt zu einem Versorgungsgang der Klasse 7 der an der tragenden Struktur des Schiffs entlangverläuft. Schnell! Ich bin zurück, bis ich halte. Die Begriffe ist ein Versorgungsgerät. Die Begriffe ist ein Versorgungsgerät. Die Begriffe sind ein Versorgungsgerät. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Analyse Noch 6 Minuten bis zur Detonation. Wir müssen sofort evakuieren. Aktiviere Countdown-Timer. Explosion bei Null. Die Detonation erzeugt Temperaturen von beinahe 100 Millionen Grad. Wir sollten weit weg sein, wenn es soweit ist. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR overwhelmed WDR WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH